Wenn man ihn anstößt, nickt er mit ihm. So ein Feature wünsche ich dir für Tony. Achso, okay. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Oh nein, jetzt bräuch ich den Kopfhörer von dem Typen da oben. Echt? 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 Das ist leider eine Vision, aber egal. Also, hast du es mal als Let's Play gesehen? Ja, habe ich. Dank Gronkh weiß ich jetzt, wie es weitergeht. Und zwar, das ist auch, glaube ich, das einzige, wo ich mich daran erinnern kann. Nee, nicht hier hoch. Und zwar, geh mal in das Büro des Bürgermeisters. Aber er hat doch die Kopfhörer. Ja, warte mal. Die kriegst du ja auch gleich. Aber jetzt kriegst du sie noch nicht, weil er ja die noch benutzen muss. Oder benutzen kann, wie auch immer. Wir haben ja hier so einen lustigen Knopf. Und wenn wir da draufdrücken... Den? Nein. Den? Den auf dem Schreibtisch. Achso, die Klingel, ja. Und wenn wir da draufdrücken, dann sagt ja... Nee, nicht die Klingel. Da, ja, Gegensprechanlage oder wie das Ding heißt. Ja, das Ding. Woher war das nochmal? Da stehst du gerade genau davor. Da. Ah, da. Und dann sagt ja Lotti immer was. So. Und da musst du den Vogel ranpacken. Okay, damit sie das immer wieder sagt. Ja. Und dann geht's ab. Nee, ich hab bitte! Nee, ich hab bitte! Und das geht jetzt einfach so weiter. Aber ich verstehe den Sinn nicht. Ja, den Sinn erkennst du gleich. Geh mal zum Funker. Das ist so mega dumm. Nee, ist es auch. Ich meine... Guck, der kriegt das mit. Der ist jetzt voll entnervt. Aber... Man muss den dazu kriegen, dass er... Dass der... Ausrastet, sozusagen. Dass der seine... Ja, ist ja gut. Dass er... Ja, rede einfach weiter. Hey! Hallo! Hm? Lass dich kurz. Ich habe zu tun. So. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Ja, frag ihn mal. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht! Guck mal, er sieht jetzt auf jeden Fall schon anders aus als vorher. Wir müssen ihn noch mehr nerven, oder? Genau! Und wie ging das nochmal? Das war irgendwas mit den Tauben. Das war irgendwas mit den Tauben. Okay. Nicht mit einem Papagei, der ihn voll labert, oder... Oder Katzen, die ihn... Doch, stimmt! Doch! Jetzt, wo ist das? Der Papagei! Ja, genau, der Papagei. Äh, kannst du den nochmal aufwecken? Kann man nicht den aufwecken? Mit einem Espresso? Ach so. Alter! Du! Aufwachen! Jetzt haben wir nen Lauf, ey. So, äh... So, den kannst du irgendwo hinsetzen, hier. Ja, mal gucken. Der nervt ihn dann zu Tode. Sozusagen. Aber... Aber wir haben hier gar nichts... Doch! Da rechts dieser, ähm... Dieser Ast da. Drück mal Leertaste. Da kann man nicht hin. Äh... Scheiß. Vielleicht einfach auf ihn. Irgendwo hier muss man den... Einfach auf die Tür. Das würde dem Papagei wahrscheinlich gefallen. Kann er aber vergessen. Irgendwo muss der hier hin. Das Erdmagnetfeld hat hier auf keinen Einfluss. Und Leute vom Schlamm. Äh... Aber das würde ja nur hier was bringen, oder nicht? Nächster, bitte! Irgendwo muss man den hinpacken. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Ah, da bin ich ja sogar von alleine drauf gekommen mit dem Papagei. Ohne deine Vision. Ja, stimmt. Äh, ja... Das muss man dir lassen. Aber jetzt... Jetzt müssen wir, glaub ich, irgendwas mit diesem blöden Erdmagnetfeld machen. Echt? Wir können ja jetzt... Selber Pakete verschicken, oder nicht? Also rein theoretisch. Nee. Wo geht's da hinten? Ach, da geht's hoch. Da geht's einfach nur hoch. Äh... Vielleicht irgendwas mit den Katzen? Tja... Das war auch schon der Lauf. Ja. Aber man kann hier ja auch irgendwie nix anklicken. Das ist so... Vielleicht einfach die... Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... Einfach die Tauben angreifen. Mit den Katzen. Der Punkt ist, er ist kein Universal-Generiff. Ja, ist klar. Und zwar kannst du den Papagei einfach auf ihn los... Also einfach den... Habe ich ja schon probiert. Ging nicht. Dann sagt er, die will dich nicht kreuzen. Achso, warte mal. Wo ist noch so ein Rohr? Also, weißt du, wahrscheinlich ist bei Lottie so ein Rohr... Nö. Hätte ich jetzt gedacht. Boah, so nervig, ey. Oh, Alter, die Fresse. Ach, hier war's vorne. Was ist denn das eigentlich? Mikrofon! Mikrofon! Was brauchen wir? Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlung, zu denen ich nie eingeladen werde. Ja, wem wundert's. Also, äh, das können wir ja mal einpacken. Hoffentlich. Dann haben wir jetzt schon mal das. Cool. Äh... Jetzt haben wir ein Mikrofon für die Funkanlage. Hä? Alter, was ich hier alles finde. Ein prima Andenken daran, wie ich Goal wachgeküsst habe. Welche Rolle spielte dabei noch gleich der Trichter? Da hast du hier was eingetrichtert. Hä? Hä? Jetzt haben wir den auch noch. Hm... Okay. Äh... Wir haben ja jetzt ein Mikro. Hm. Ich bring das einfach schon mal da oben an. Ja. Und jetzt brauchen wir nur noch die Kopfhörer. Und ich meine, man muss den Papagei da... Na ja, das würde auch Sinn ergeben. Dann lass uns. Fehlt nur noch der Hörer. Wie findet man den? Ja, ich meine... Wie, wie kriegt man den? Ja, weil da oben einfach kein Platz ist, wo man den hin tun kann, ne? Das versteh ich nicht. Scheiße, mehr hab ich nicht mehr in Erinnerung. Ey, warte mal. Den Roboter können wir... Ne, den können wir sowieso nicht anschnacken, ne? Ne, dann sagt er, ich lass den lieber in Ruhe. Abgestürztes Paket. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Hehehehe. Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen. Darum... Hä? What the fuck? Voll die Meta-Ebene. Okay. Äh... Man kann ja die Tauben auch nicht mehr ankriegen. Das heißt, wir können mit den Tauben eigentlich gar nichts machen. Wir bringen uns das Erdmagnetfeld auch nix. NICHTER BITTE! Hey! Vielleicht muss ich einfach nur noch mit dem reden. Ach du schon. Hast dich gu... NICHTER BITTE! Willst du nen Papagei haben? NICHTER BITTE! Darf ich jetzt was? Ne, das hab ich eben schon gemotzt. Also... Ups! Mann! Nochmal! Mach die Arbeit! Ich weiß auch nicht, was heute los ist! Irgendjemand billigt dir ständig eine Leitung! NICHTER BITTE! Ich komme kaum zur Ruhe! NICHTER BITTE! Kann ich jetzt nicht von dir? NICHTER BITTE! Von wo? NICHTER BITTE! Also, na gut! NICHTER BITTE! Du leid! Wieso leid? Na gut! So und... NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! Ich frag mich immer noch, was es mit den Tauben bringt. Ich mach die Tür zu. NICHTER BITTE! Super! Ich glaub, dass das jetzt nichts bringt mit den Tauben. NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! Ich bin mir ziemlich sicher, der Papagei muss da hin. Ja, aber der kann dann irgendwo hin. Vielleicht musst du ja irgendwo anders hin. Vielleicht müsst ihr mir da irgendwas anbringen. Damit der da sein kann. Keine Ahnung. Ja, das... Wir haben irgendwie nix. NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! NICHTER BITTE! Ja. Ähm... Hier können wir... Was können wir hier nochmal alles machen? Noch mit den Katzen. Wir haben hier Ersatz-Katzen. Ja. Was machen wir damit? Können wir die auf die Tauben loslassen? Ja, hab ich auch schon geguckt. Man kann die Tauben nicht mehr anklicken. Ich kann die ja mal austauschen. Au! Sie wollen da wohl nicht mehr rein. Oh. Sind die nicht putzig? Ich quäle keine Tiere und den... Nee, die Tiere quälen sich gegenseitig. Ähm... Ja. Tja, jetzt stehen wir wieder auf dem Schlauch. Aber zumindest sind wir schon mal um einiges weiter. Ja. Also wir haben ja ein Mikro... Ach man, ey. Irgendwie müssen wir die Kopfhörer kriegen. Vor allem irgendwie hat uns das jetzt ja gar nichts gebracht, dass sie die ganze Sendlichste bitte sagt. Doch, eine Leitung ist belegt. Ja, super. Ja... Also wie können wir denn die anderen belegen? Wo sind die? Wie macht man das? Wenn man hier auch so ein Rohr sehen würde, dann... Würde... Würde man einfach irgendwo anders hingehen, wo noch so ein Rohr ist. Und... Noch mehr Schaden. Hier ist ein Fernschreiber da. Dann können wir auch noch belegen. Oh, entweder... Diese Technik... Nächster bitte! Oh, oh... I see you... Ein... Idiot... Oder so. Ja, genau. Was ist denn das? Achso. Nächster bitte! 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 Genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus. Oh, herrlich, ey. Das Spiel. Die Dialoge, ey. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und der wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Okay. Reicht das jetzt oder was? Du könntest ein Zuhälter gebrauchen. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen. Nur um... Warte mal. Da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Arme Toni! Arme Toni! Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Ähm, ja, ich nehme ihn leider wieder mit. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit? Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen! Ähm, ich glaube, da wären wir vielleicht noch drauf gekommen, wegen dieser Stange. Ja, stimmt. Aber das, was man jetzt machen muss, da wären wir, glaube ich, nicht drauf gekommen. Denn wir haben hier ja diese wunderschöne Notrufsäule. Wo wir nun den Vogel irgendwie vorsetzen. Was macht der? Hallo? Ja, das dauert immer auf. Da hast du auch so eine Stange neben, aber da wäre ich nicht drauf gekommen. Inspektor Gizmo, zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Studio erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Antenne Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Rufus! Der Nächste, bitte. Jetzt sind zwei Leitungen gelegt. Das müsste er bereichen. Vielleicht rastet er jetzt aus. Rufus hat die Antenne Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Hey, alle Kuchen. Hallo. Hm? Du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe es zu tun. Jetzt frage ich, ob ich die Kopfhörer haben kann, oder? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein. Hä? Das heißt, noch eine Leitungen. Noch eine. Ich muss belegt werden. Bürst du nicht mal müde? Bürst du nicht mal müde? Ich muss zugeben. So lange habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch eine offene Idee kommt, auf Dauerfunk zu stehlen. Oh Gott, wo kriegen wir denn noch was her? Wo gibt's denn noch eine... Wo gibt's denn noch eine Notrufsäule? Oder wo gibt's noch sowas? Automat? Gab's nicht sowas noch vor... Ähm, wo der Stier war? War da nicht noch so ein Teil? Boah, wie's hier aussieht, ey. Wir haben alles kaputt gemacht. Oder hier in diesem... Hier irgendwie. Hier können wir die ganze Zeit klingeln. Ah, nee. Ups. Oh, na ja, das ist gut, ja, hierzu. Haha. Vielen Dank.